Das ist ein Windrad. Damit kann man ein bisschen Strom gewinnen. Ey Joker, nur gucken, nichts anfassen! Das ist ein Schaufeltruck. Ein ziemlich riesiges Gerät. Das ist eine ganz ordinäre Zapfsäule. Sprit gibt's hier ziemlich sicher nicht mehr. Ich lese. Siehst du das nicht? Lass mich. Wenn Umberto sieht, dass ich mit Fremden spreche, spelt er mich wieder ins Haus ein. Immer verliere ich diese blöden kleinen Schrauben. Mach einen Abgang, Alter! Eine alte Harley. Sieht aus, als wäre sie einigermaßen gepflegt. Bist du leise? Du verscheuchst die Tiere. Hör auf, mich zuzulabern! Deskartiert Was willst du, Joker? Ich habe keine Zeit. Ich möchte dich fragen, ob du deinen Schrottplatz für Ausbildungszwecke zur Verfügung stellst. Ich komme von der neuen Regierung. Neue Regierung? Mir egal. Warum sollte ich dir dann erlauben, meinen Platz zu benutzen? Weil hier eine Miliz ausgebildet werden soll. Die Leute, die hier lernen sollen, würden später auch deiner Sicherheit dienen. Ich brauche keine Sicherheit. Ich kann selber auf mich aufpassen. Aber vielleicht gäbe es eine andere Möglichkeit, wie wir ins Geschäft kommen. Worum geht's? Im Ostteil des Dorfes hausen ein paar Spinner. Seitdem die Red Skulls gekommen sind, denken die Typen, sie können sich hier aufspielen, wie es ihnen passt. Gestern hat einer von denen meine Schwester belästigt. Er heißt Brandon. Leg den Scheißkal um und du kannst dir so viele Milizen anbringen, wie du nur möchtest. Okay. Brandon ist so gut wie tot. Ich werde bald wieder da sein. Leg diesen Brandon um, dann können wir weiterreden. Leg den Scheißkal um nicht. Was willst du, Joker? Ich habe keine Zeit. Ich beschlagnahme dieses Gelände. Pack deinen Krempel zusammen, sonst lege ich dich um. Was? Komm her, du Punk. Dir werde ich's zeigen. Ich hatte seine Aggressionen echt nicht unter Kontrolle. Leute gibt's. Was willst du, Joker? Joker, ich habe keine Zeit. Ich mö... Weil ich dich umlegen muss, wenn du nicht zustimmst. Was? Komm her, du Punk. Dir werde ich's zeigen. Der Typ hatte seine Aggressionen echt nicht unter Kontrolle. Leute gibt's. Was? 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 Der Streit zwischen diesem Brandon und deiner Schwester interessiert mich nicht. Bye. Willst du mich beleidigen? Meine Schwester interessiert dich nicht? Dich mache ich fertig. Der Streit hat seine Aggressionen echt nicht unter Kontrolle. Leute gibt's. Leg diesen Brandon um, dann können wir weiterreden. Ein Schrottauto. Was für ein völlig verrosteter Blechhaufen. Ein Schrottauto. Was für ein völlig verrosteter Blechhaufen. Was für ein wenig verrosteter Blechhaufen. Mit dieser Waffe würde ich gerne ein paar Wurfübungen einlegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020